Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir die Links- und Rechtsfunktionen in Google Sheets vorstellen. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch zahlreiche Videos über Google Docs oder Apps Script. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Die Links- und die Rechtsfunktionen können im Endeffekt das Gleiche. Und zwar geben sie immer entweder den linken Teil oder den rechten Teil einer Zeichenkette zurück. Und zwar könnt ihr die Links- und Rechtsfunktionen ganz einfach anwenden, indem ihr dann in eure Zelle eintippt, ist gleich links, Klammer auf, und ihr dann die dementsprechende Zelle, auf die ihr das Ganze anwenden möchtet, eingebt. Und dann einfach die Klammer schließt und Enter drückt. Und schon gibt die Linksfunktion das T aus. Und zwar ist das das T von dem Test hier. Das heißt, die Linksfunktion gibt einfach das quasi linke erste Zeichen der Zeichenkette zurück. Und die Rechtsfunktion macht dann genau das Gleiche. Die könnt ihr verwenden, indem ihr einfach ist gleich rechts in eure Zelle eintippt und dann auch wieder auf eure dementsprechende Zelle dort einträgt, auf die ihr das anwenden möchtet, und die Klammer schließt. Und dann seht ihr, hier wird das kleine T von Test, also das rechte erste Zeichen von Test, zurückgegeben. Wenn ich jetzt hier beispielsweise noch ein W einfüge und Enter drücke, sehen wir, dass sich die Rechtsfunktion aktualisiert. Und wenn ich jetzt hier noch ein F beispielsweise vor das Test schreibe, seht ihr auch, dass hier dann das F in der Linksfunktion steht. Und ihr könnt nicht nur das erste Zeichen von links oder von rechts zurückgeben, sondern ihr könnt auch jedes beliebige Zeichen zurückgeben. Das heißt, ihr könnt eure Funktionen erweitern, und zwar nach der Zelle, die ihr angebt, auf die ihr das Ganze anwenden wollt, könnt ihr noch ein Semikolon tippen und dann beispielsweise eine Zahl eingeben. Also einfach die 2. Das heißt, ihr bekommt dann die ersten zwei rechten Zeichen, beziehungsweise in dem Fall linken Zeichen von eurer Zeichenkette zurück. Und das könnt ihr mit der Rechtsfunktion genauso machen. Dort könnt ihr dann einfach auch wieder hier eine 2 eintippen, und schon bekommt ihr die letzten zwei Zeichen eurer Zeichenkette zurück. Und wenn wir das Ganze hier mal noch auf die anderen anwenden, auf die anderen Beispiele, die ich habe, dann sehen wir, das funktioniert auch genauso. Und beispielsweise könnte ich hier im zweiten Beispiel auch dann die ersten 8 Zeichen zurückgeben, und dann sehen wir, steht hier Schönen mit einem Leerzeichen. Und wenn ich dann vielleicht noch 9 zurückgebe, dann haben wir einen schönen G. Und das sind eben die ersten 9 Zeichen von dieser Zeichenkette. Und ihr könnt so viele Zeichen nehmen, wie ihr wollt, beispielsweise bei dem Beispiel Ich bin Leo, könnt ihr auch einfach 20 Zeichen, also die ersten 20 linken Zeichen, zurückgeben lassen. Und dann kriegt ihr halt in dem Fall einfach den gesamten, also die gesamte Zeichenkette zurück. Und ihr könnt auch mehr Zeichen eingeben, als ihr eben überhaupt zur Verfügung habt. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Rechtsfunktion. Wenn wir beispielsweise hier aus dem Beispiel mit den ganz vielen Buchstaben eben einfach die letzten 10 Buchstaben haben wollen, dann bekommen wir hier auch einfach das Wort Buchstaben. Und somit könnt ihr beispielsweise immer aus irgendwelchen Zeichenketten die ersten X-Zeichen und die letzten X-Zeichen herausfiltern quasi und euch in eine eigene Zelle schreiben. Und könnt diese dann weiterverwenden, wie ihr möchtet. Also das ist ja ganz euch überlassen. Je nachdem, was ihr da eben damit macht oder was ihr damit braucht, könnt ihr dann damit arbeiten. Schreibt doch mal in die Kommentare, wofür ihr die Links- oder die Rechtsfunktionen verwendet. Und das war es auch schon wieder mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. in